Hallo und willkommen zurück zum Kurs Datenvisualisieren mit DataWapper und ja, willkommen zu den letzten zwei Teilen dieses Kurses zum Thema Farben und Wahrheit. Im letzten Video haben wir uns angeguckt, wie wir Textmorte nutzen können, um die Lesbarkeit einer Visualisierung zu erhöhen und heute bzw. jetzt tun wir das gleiche mit Farben. Wie können wir Farben nutzen, um eine Grafik lesbarer zu gestalten? Können wir direkt wieder starten mit dem ersten Prinzip, sei dir Defizite von Farben bewusst. Farben sind super mächtig in der Visualisierung und super, super wichtig, aber sie leisten nicht alles. Farben sind nicht dazu geeignet, die wichtigsten Datenpunkte zu zeigen. Wir haben das bereits gesehen in Teil 2, als es um die verschiedenen Diagrammtypen gab und die verschiedenen visuellen Elemente, wo Farben ja auch sehr, sehr weit hinten sehr unlesbar gerenkt haben. Und wir sehen das zum Beispiel hier nochmal. Gruppe A zeigt die gleichen Werte wie hier, dieses erste Säulendiagramm, und Gruppe B zeigt die gleichen Werte wie das zweite Säulendiagramm. Aber es ist sehr, sehr viel einfacher, das in diesem Säulendiagramm zu verstehen. Wo wir Farben brauchen, sind Choropletenkarten. Aber auch da sind sie natürlich, machen sie keinen besseren Job sozusagen. Wir sehen hier Monaco kaum, das macht in einem Balkendiagramm, ist das viel besser sichtbar, dass Monaco so weit vorne ist. Und Irland und Deutschland, die ganz, ganz nah aneinander sind, kann man hier gar nicht unterscheiden. Hier sieht man zumindest noch, dass es so einen Tick einen höheren Wert hat. Das gleiche zum Beispiel mit Italien und der Schweiz. Wir sehen, Italien hat einen höheren Wert, fast doppelt so viel wie die Schweiz. Das ist hier kaum sichtbar. Farben sind auch nicht sehr gut geeignet, wenn sie in großen Mengen auftreten, in großen Quantitäten. Im Gegenteil, das wirkt dann sehr schnell konfettibunt und gerade bei ernsteren Themen sollte man das vermeiden. Man sollte generell nicht mehr als sieben Farben nutzen, auch weil es dann schwieriger ist für den Leser, die Leserin, die zuzuordnen. Diese Farbe zum Beispiel hier bei I kann leicht verwechselt werden mit K, das gleiche bei G und J. Zum Beispiel hier diese Farbe ist das jetzt J oder ist das H. Das fällt dann alles nicht mehr so einfach. Deshalb sollte man nicht mehr als sieben Farben nutzen. Wenn ihr eine Visualisierung erstellt und ihr merkt, ihr braucht mehr als sieben Farben, ist es vielleicht Zeit, den Visualisierungstyp zu wechseln und zum Beispiel dann auf ein Balkendiagramm umzusteigen. Außerdem gibt es natürlich das Problem der Farbenblindheit, dass ungefähr ein Prozent der männlichen Bevölkerung je nach Blindheit haben. Das heißt, ein Prozent sind rotblind, ein Prozent sind grünblind und ungefähr 0,03 Prozent der männlichen und weiblichen Bevölkerung sind blaublind sozusagen. Und auf die sollten wir auch Rücksicht nehmen. Hier sehen wir das mal, wenn wir Karten so gestalten, dann sind sie fast unlesbar für grün- und rotblinde Männchen. Eine einfache beziehungsweise eine bessere Wahl für Sokopetenkarten ist oft blau und orange. Blau und orange sind sehr, sehr sichere Farben. Egal, welche Farbschwäche man hat, man kann die immer auseinanderhalten. In DataWapper gibt es den sogenannten ColorblindCheck, der einen automatisch warnt mit so einem kleinen Warnsymbol, was wir hier unten sehen, falls wir Farben nutzen, die man nicht auseinanderhalten kann mit einer bestimmten Farbschwäche. Da könnt ihr auch immer raufklicken und könnt dann sehen, wie die Visualisierung aussieht, wenn man eine bestimmte Farbschwäche hat. Man kann auch Farbenblindenmännchen und Lesern und Leserinnen entgegenkommen, indem man zum Beispiel Daten doppelt kodiert. Was das heißt, ist, dass man Daten nicht nur mit einer Farbe zum Beispiel hier kodiert, sondern zusätzlich noch mit einem Symbol, was dann, egal ob man die Farbe sehen kann oder nicht, wahrgenommen werden kann. Das gleiche mit einem Scatterplot hier zum Beispiel. Man kann es nicht nur mit Farben, sondern zusätzlich auch noch mit Formen kodieren, die Karten, die Daten. Und ja, im Zweifelsfall immer einfach einen anderen Diagrammtyp wählen. Das ist oft die einfachste Lösung, falls man das Problem hat, dass die Farben nicht sichtbar sind für farbblinde Männchen oder wenn man auch das Gefühl hat, man kann mit Farben nicht gut umgehen. Sehr sicher ist es auf jeden Fall, Grau zu nutzen und eine Highlightfarbe. Vor allem bei Balkendiagrammen, bei Liniendiagrammen, bei Säulendiagrammen, bei den einfachsten Diagrammtypen macht das sehr, sehr viel Sinn. Grau ist sehr wichtig in der Visualisierung. Wir sehen hier verschiedene New York Times Grafiken, wo sehr, sehr stark Grau genutzt wird. Zum Beispiel, um Kontext zu geben, hier zum Beispiel auch, Weltkarte zu zeigen. Ihr seht, es sind meistens sehr minimalistische Farbwelten hier. Wir haben hier nur Rot, wir haben hier nur Pink, Rot, wieder und so weiter. Es ist sehr reduziert. Es sind ja auch meistens eher ernstere Themen, die gezeigt werden von der New York Times. Da funktioniert Grau und so eine Highlightfarbe sehr gut. Grau ist generell die wichtigste Farbe in der Datenvisualisierung. Es ist unglaublich wichtig, nicht nur für Kontextdaten, sondern auch für zum Beispiel Achsentix. Ja, hier zum Beispiel bei den Kontextdaten lässt Grau so die wichtigste Linie, die wichtigsten Datenpunkte sehr viel mehr hervorstehen. Genau, und viele Newsrooms wissen das, viele Redaktionen nutzen Grau sehr stark, um bestimmte Datenpunkte hervorzuheben. Hier zum Beispiel die Financial Times, die alles grau lässt, außer diesen einen Datenpunkt hier, Osaka, und die dann auch noch weiß, die weiße Umrandung nutzt, hier zum Beispiel hier, hier, um dann die Datenpunkte hervorstechen zu lassen, die gelabelt werden, die eine Beschriftung haben. Genau, man sollte wirklich grau nutzen und nicht eine andere Farbe. Solche Kombinationen funktionieren zum Beispiel nicht so gut, aber das funktioniert. Man kann auch eine halbtransparente Farbe nutzen, also die gleiche Farbe, aber in der Deckkraft verringert. Der Economist hat das in einem Artikel mal beschrieben, wie sie diese Visualisierung hier rechts, hier links, erstellt haben. Und genau, so ein Scatterplot ist das, ein ganz normaler, man hat hier im Hintergrund diese blauen Punkte und mit hellblau wollten sie dann die hervorheben, die Datenpunkte, die eine Beschriftung haben. Also so ein Label, Italies, Italy, Poland und so weiter. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Das heißt, Leserinnen sind dann davon ausgegangen, dass die Punkte in unterschiedlichen Kategorien sind, dass Japan zum Beispiel in einer anderen Kategorie ist als diese blauen Punkte. Sarah hat dann auch die Visualisierung verbessert und kam dann hier mit dieser rechten Variante, wo sie meint, das funktioniert sehr, sehr viel besser. Man sieht, dass alle Datenpunkte in der gleichen Kategorie sind. Das heißt, genau, links die Variante funktioniert nicht so gut, rechts die Variante sehr viel besser mit dieser halbtransparenten Farbe. Wie schon erwähnt, Krause auch für alles wichtig, was nicht die Daten selbst sind. Das heißt, für Achsenlinien, Achsen-Ticks, Rasterlinien. Genau, das sollte alles in den Hintergrund treten, um den Daten so wirklich die prominenteste Stellung zu geben. In DataWapper passiert das alles automatisch. Wir sehen hier, das ist alles in grau. Auch hier unten dieser Futter ist in grau gehalten, damit wirklich sich eure Leserinnen auf die Daten selbst konzentrieren können. Nächstes Prinzip. Nutze Farben, um Daten doppelt zu kodieren. Wir haben schon kurz über doppelte Kodierung geredet, als es um Farbschwäche ging. Zum Beispiel, indem man nicht nur Farben, sondern auch Symbole oder Formen nutzt, um dieselben Daten zu kodieren. Und wir können aber auch die Farben selbst nutzen, um etwas zu kodieren. Hier links sieht man einen Scatterplot, ein Bubble-Chart auch genannt, wo getrennt wird zwischen den Werten, die gut sind und die schlecht sind. Rechts hat man das Gleiche, aber es ist sehr, sehr viel deutlicher, dieses gut, schlecht. Genau, das funktioniert besser, indem man nicht nur die Werte mit Position, sondern auch mit der Farbe kodiert. Das Gleiche passiert in dieser Grafik, die wir schon gesehen haben, wo die Städte, die mehr Kriminalität seit 1980 aufweisen, in Rot eingefärbt sind und die Städte mit weniger Kriminalität in Grün. Und hier ist noch eine Grafik von Axios, auch von 2019, wo das Gleiche passiert. Hier hat man auch noch eine sehr schöne Trennung zwischen den unwichtigen und den wichtigen Bubbles sozusagen. Wurde hier sehr schön gehighlighted mit einer gesättigten Farbe versus Grau. Oft ist das die Frage, also oft stellt man sich die Frage, ob man Farben nutzen will zur doppelten Kodierung oder um eigentlich eine neue Variable, eine neue Spalte, eine neue Kategorie zu visualisieren. Wie das hier rechts passiert, also hier rechts wurden die Punkte eingefärbt nach Kontinent, während hier links die eingefärbt wurden nach ihrer Position, die sie sowieso schon haben. Also unter der Linie wurden die grün, über der Linie wurden die rot eingefärbt. Aber solch ein Graf ist wirklich sehr viel leichter lesbar als so ein Graf hier rechts. Man sollte sich sehr bewusst sein darüber, wie viel man der Leserin zutraut mit verschiedenen Kodierungen, mit verschiedenen Variablen, die man dann visualisiert. Im Zweifelsfall einfach immer die einfachere Variante nutzen. Das wäre sozusagen die hier links. Farben kann man auch sehr gut nutzen, um Daten zu gruppieren, wie das die Financial Times zum Beispiel macht. Hier sehen wir mal nicht eine doppelte Kodierung, sondern hier wurde Farbe genommen, um eine neue Variable wirklich zu visualisieren, nämlich die Region, in der sich ein Land befindet. Das gleiche passiert auch hier. Hier haben wir das mal gemacht mit diesen Kontinenten, auf denen die verschiedenen Datenpunkte dann zu sehen sind. Was sehr schön noch neue Muster erkennen lässt, zum Beispiel, dass die größten Länder, China und Indien, beide sich in Asien, australischen Raum befinden. Dass wir den gruppieren, funktioniert auch gut in Flächendiagrammen oder bei Liniendiagrammen. Hier haben wir mal verschiedene Kontinente gleich eingefärbt. Also die Länder verschiedener Kontinente sind hier zum Beispiel alle blau von Europa, hier rot, hier gelb. Das funktioniert erstaunlich gut, um zu zeigen, wie insgesamt ein Kontinent sich entwickelt, aber auch wie einzelne Länder sich entwickeln, um das nochmal abzutrennen. Wir können das ja mal direkt gleich wieder in DataWeb probieren. Jetzt gehe ich hier raus. Ich habe dazu schon mal was vorbereitet und zwar einen Donut-Chart, ein Donut-Diagramm über den Familienstand von Berlinern versus den Familienstand von Deutschen gesamt. Das heißt, wir haben hier einen Bund und Berlin und wir haben hier den Anteil der Menschen, die ledig sind, verheiratet sind oder in Lebenspartnerschaften leben, geschieden sind und verwitwet sind. Und unsere Aussage hier ist, 43% der Deutschen sind verheiratet, aber nur 34% der Berliner. Also diesen Unterschied herausstellen, das ist das, was wir hier machen wollen. Und wir können jetzt Farben nutzen, um genau dies zu tun. Also klicken wir auf Farben verändern. Und genau, wollen ja eigentlich die Verheirateten hier auch hervorheben. Das können wir direkt hier tun. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass die irgendwie so in der Mitte schweben. Und man kann die 43% mit der 34% schwer vergleichen. Deshalb ändern wir die Reihenfolge und sagen Reihenfolge behalten. Das ist sozusagen die Reihenfolge, in der ich die Daten sowieso schon hochgeladen habe. Und man sieht, es ist viel einfacher zu vergleichen, wer jetzt den größeren Prozentsatz von verheirateten Menschen hat. Okay, die anderen können wir, Shift wieder, alle einfärben, so zum Beispiel. Und das wäre jetzt so eine sehr einfache Möglichkeit, um mit Grau und einer Highlight-Farbe, genau, unseren wichtigsten Datenpunkt hervorzuheben. Wir können das auch noch ein bisschen raffinierter machen, zum Beispiel auch, wenn man keine Hover-Effekte hat, sollte man sehen können, was davon die ledigen, die geschiedenen und die verwitweten Leute sind. Das heißt, wir können hier vielleicht auch wieder ein bisschen Farbe reinbringen, vielleicht aber eine gegensätzliche Farbe, zum Beispiel blau. Okay, wir können auch diesen Hex-Code hier unten, können wir einfach kopieren und dann in die beide einfügen. Das ist auch, und dann können wir hier zum Beispiel, ja, das noch ein bisschen heller machen und das auch noch ein bisschen heller. Genau, das hatte jetzt den Vorteil, dass die Farben, sehen wir hier unten, alle dem Farbplintest bestehen und sie bestehen sogar den Akromatopsi-Test. Das heißt, da werden einfach die Farben angezeigt ins Schwarz und Weiß. Es gibt ein paar Leute, die wirklich nur Graustufen wahrnehmen können. Das sind allerdings sehr, sehr, sehr wenig Leute. Sehr selten steht hier. Wirklich barrierefreie Visualisierung funktionieren, auch ohne Farben steht hier aber. Und genau das sollte man immer tun. Man sollte verschiedene Helligkeitsstufen nehmen für die Farben. Und wir sehen, genau, in dieser Schwarz-Weiß-Variante sticht unsere 43 Prozent, unsere 34 Prozent stechen auch sehr, sehr stark hervor, was eine gute Sache ist und sollte auch so sein. Wir sehen auch, sie sind insgesamt gesättigter als die. Das heißt, ja, wir haben so ein paar Farbtricks hier verwendet, um diese Farbe sehr viel stärker hervorstechen zu lassen. Genau, der Rest ist eher so geschmackwürdig, würde ich sagen. Man könnte hier zum Beispiel das Ganze noch dunkler machen. Ja, vielleicht so. Man könnte das Ganze auch noch ein bisschen pinker machen, wie man das möchte. Genau. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Grafik, die besser funktioniert für die Aussage, die da oben steht, als die Grafik, mit der wir gestartet haben. Genau, nur dank Farben. Gehen zurück zur Präsentation. Das haben wir gerade gemacht. Farben, Farben, mit Farben zu arbeiten ist schwer. Also irgendwie Experte im guten, schönen Benutzen von Farben zu werden, ist eine große Sache. Und ich war da auch wirklich viele, viele Jahre sehr, sehr schlecht drin und habe mich da langsam rangearbeitet. Also, falls du irgendwie Zweifel hast, falls du irgendwie das Gefühl hast, deine Farben sehen nicht gut aus, dann nutze einfach die Standardeinstellung, kopiere Farben von anderen Visualisierungen oder kopiere Farben von Tools. Oder genau, nutze Farb-Tools, um deine Farben zu überprüfen. Genau, es ist okay, nicht gut zu sein im Farben wählen. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, ja, Fakt. Da müsst ihr euch nicht, ähm, nicht Kürre machen. Ihr seid nicht schlechtere Datenvisualisierer, weil ihr nicht gut mit Farben umgehen könnt. Das sind unsere Standardeinstellungen, die haben wir schon gesehen im letzten Video, ähm, genau. Die sind alle von uns irgendwie, ähm, ja, reingepackt mit dem besten Wissen und Gewissen. Ähm, es sind, ähm, hier zum Beispiel Verläufe, die irgendwie, ähm, sehr kluge Menschen da draußen entwickelt haben, damit man Daten so gut wie möglich auch unterscheiden kann. Ähm, ich hab auch viele, viele Blogposts geschrieben zum Thema Farben. Hier zum Beispiel ein, äh, vom letzten Herbst, der sich, äh, den findet unter blogdatawapper.de slash beautifulcolors, ähm, wo ich zum Beispiel erkläre, dass man kein, äh, Grasgrün nehmen sollte, sondern immer, ähm, das Grün so ein bisschen ins Gelb oder ins Blau bringen sollte, damit es ästhetischer aussieht. Sowas erklär ich da. Ähm, genau. Genau, und ansonsten kannst du natürlich auch immer Farben kopieren, einfach von anderen Visualisierungen. Das ist total legitim. Zum Beispiel, wenn dir diese Farben hier gefallen und du meinst irgendwie, das macht Sinn für deine Visualisierung, dann kannst du die einfach nehmen, einfach, ähm, stehlen. Das ist, äh, total okay. Ähm, das kann auch ein guter Ausgangspunkt sein und dann kannst du irgendwie gucken, vielleicht wirst du dann doch ein, zwei Farben davon ändern, weil sie für deine Daten, ähm, nicht so gut passen. Ähm, dann gibt's auch noch ein paar Farbtools, die ich hier kurz erwähnen will, ähm, ein sehr klassisches Tool ist Colorpure, ähm, auf der man, das vor allem gut geeignet ist für, für, äh, Gradienten, also Verläufe, zum Beispiel für Koropletenkarten. Ähm, die kann man sich da raus suchen, rauspicken und dann kopieren. Es gibt natürlich auch unglaublich viele Farbpaletten-Tools, zum Beispiel Adobe Color, ähm, wo man, ja, Farbpaletten sehen kann, ähm, die andere Leute erstellt haben, die besonders geeignet sind für Kategorien, also für unterschiedliche Kategorien, in, in dem Balkendiagramm, in Säulendiagramm, in Liniendiagramm und so weiter. Ähm, und genau, ich hab ja noch einen ganzen Artikel darüber geschrieben, wie und wo man, äh, Farben kopieren kann von anderen Tools, von Filmen, von Künstlern und so weiter. Wie man da inspiriert werden kann. Das war's schon zum Thema Datenvisualisieren mit Farben, worauf man bei Farben achten soll. Äh, wir haben fünf Prinzipien kennengelernt. Sei dir der Defizite von Farben bewusst, nutze Grauen einer Highlight-Farbe, ähm, nutze Farben auch, um Daten doppelt zu kodieren, äh, zu kodieren oder im Gegenteil, um Daten zu kopieren. Und, falls du Zweifel hast, nutze Standard-Einstellungen, kopiere Farben oder nutze Farb-Tools. Das war's schon.